Meine Freundin ist wunderschön, Mann! Das da! Nein, sie da! Ja, vielleicht heißt Steven? Ja, Steven ist auch ein Mädchen-Namen, okay? Erstens und zweitens, im Gegensatz zu euch, habe ich wenigstens eine Freundin, ja? Und ihr nicht, also... Weißt du, das ist so... Warte mal kurz. Was ist das? Und Steven ist nicht hässlich, ich spür's euch! Steven, du brauchst mal kurz! Ey! Ey! Euer Christian! turbines Dope movie habil Leute, ich glaube, da sind die Schließfächer. Kommt! Das war uns langsam. Ein Koffer. Was ist das für ein Koffer hier? Er gibt ihn noch. Muss man schauen. Nein, der ist verschlossen. Ah, ich bin ja nicht. Okay. Also, weißt du was? Ich geh jetzt da hin. Der ist verschlossen. Hallo? Ja, ist nicht gut. Aber vielleicht haben wir irgendwie... ...könne Ahnung. Schraubst du? Ja. Vielleicht kann man das hier irgendwie aufziehen. Ja, lass beruhig dich. Wir sind mal ganz kurz. Ach ja. Ja, ich komm. Ey, Leute. Ähm, Steven läuft dran. Meine Freunde. Ach was. Ähm, kurz los. Ich hab' dir versprochen, dass ich das nicht treffen muss. Ja, das schafft ihr doch hier. So. Viel Spaß und so. Ja. Okay. Ich würd sagen, auf den Zettel scheint ja, dass wir den zu Plant-On-Blo umbringen sollen. Ich würd sagen, dann machen wir das jetzt auch, oder? Ja. Der Diger ist noch ein Kippen. Ja, der ist das so. Was bist du? Im Park sind drei Jungs. Was soll mit dir sein, dass? Ich schaff mir den Koffer von denen und die kriegt, sagen wir 1000 Euro. 1000 Euro? Ja. Was ist denn ein Koffer, dass es so viel wert ist? Das ist ja irgendwie miteinander verbunden oder so. Und wenn das hier ausreißt, dann ist ja irgendwie so eine Öffnung. Doch, schau mal, das ist Plastik. Alter, wir müssen uns hier gerade in Sachen ein, die uns absolut nichts angehen. Schau mal, das geht hier locker auf. Da unten ist gar nichts. Stehst du? Das kann man doch von dir aufmachen. Nein, kann man nicht. Das ist nur der Henkel. Schau doch mal, schau doch mal. Da, da. Das kannst du vergessen. Ich würde sagen, wir bringen dir noch ein Problem. Wir haben noch nicht mehr so viel Zeit. Ja, okay. Ey, du, gib mir den Koffer. Nein, Plastik, aber was willst du denn mit eigentlich, ne? Gib mir den Koffer wirklich. Nur zu deinem Besten. Das ist ja hart. Alter, spitzt du mal! Fack, scheiße! Fack, scheiße! Fack, scheiße! Fack, scheiße! Fack, scheiße! Fack, scheiße! Das ist gut! Nein, ich glaube, ich hab mir das Bein gebrocht. Kannst du gehen? Hey, ich bring's ohne mich zu ändern. Okay. Okay. Gib mir den Koffer. Okay, okay, sehr gut. Festhalten da. Ja, ja. Fünf Euro. Auf den Eifern. Ab jetzt ist ein Bein angelegt. Okay. Das war der Tiso. Was willst du? Ja. Gut, danke. Jetzt habe ich verstanden. Ich habe ein Angebot für euch. Ihr beschafft den Koffer von den Jungs und sagen wir, ihr kriegt tausend Euro. Was für die Jungs? Das ist laut. Digga. Hier ist gar nicht Fünfer drin. Okay. Gib mir den Koffer. Ja. Es ist okay. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.